Ich werde so als Zweiter rausfliegen, Digga. Ich werde jetzt so gegen das Ding schallern. Oder einfach so richtig stumpf irgendwo jetzt gleich in so eine Kurve rein, oder so. Oh. Das musst du safe machen. Ja. Du bist immer noch vor ihm. Hat er auch safe gemacht? Weiß es nicht. Aber du bist deutlich vor ihm. Pressure mich hier nicht, Nils. Er hat noch eine Wand erwischt. Er hat den Booster verkackt. Er hat den Booster verkackt. Sch dipped dich hin. Ooh. pumps